Jetzt wird's ernst. Wir haben die höchste natürliche Erhebung Norddeutschlands erklommen. Die Helpter Berge in Mecklenburg-Vorpommern. Sagenhafte 179 Meter über Normalhöhe Null, NHN, der seit 1993 in Deutschland geltenden Höhenmessung ab Meeresspiegel. Zu finden sind die Helpter Berge im Rückland der Mecklenburger Seenplatte. Entstanden sind sie als eiszeitliche Entmoräne. Aber schön, sobald man diesen bewaldeten, etwas abseitsgelegenen, eher selten besuchten Höhenzug auch wirklich entdeckt hat. Der Komiker Wiegald Boning schrieb mal zu den Helpter Bergen, Aussicht im konventionellen Sinne ist eher nicht vorhanden, demzufolge auch kein Panorama. Und da hat er recht. Kurz zu mir, mein Name ist Erdwig Holste. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der Interim Share Pass. Die Interim Share Pass sind Spezialisten für Interim Management. Wir besetzen Projekte, Vakanzen und Change-Situationen mit erfahrenen, selbstständigen Führungspersönlichkeiten aus unserem Pool. Share Pass gelten als die besten Hochgebirgsführer der Welt. Sie führen und unterstützen projektorientiert, mit Blick aufs Mögliche und Notwendige, Hands-on im Tagesgeschäft und ohne persönliche Karriereagenda. Die besten Interim Manager am Markt, es gibt ca. 20.000 Interim Manager in Deutschland, der Schweiz und Österreich, sind Mitglied in unserem Share Pass Pool. Diese Führungspersönlichkeiten kennen wir seit vielen Jahren persönlich. Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gern bei allen Fragen rund ums Interim Management. Interim Share Pass. We bring you there.